Dobriden, liebe Fabulix-Besucher! Ich bin Helena Wondryatschkova und ihr kennt mich vielleicht als die wahnsinnig traurige Prinzessin aus dem gleichnamigen Märchenfilm. Ich freue mich schon am 25. August wieder Gast in Adderberg-Buchholz zu sein und den Zauber von Fabulix hautnah zu spüren. Es ist für mich eine besondere Ehre, am Freitagabend zum großen Galakonzert märchenhafte Sommernachtsmelodien auf dem Marktplatz singen zu dürfen. Eine große Überraschung habe ich für euch auch im Gepäck, also seid gespannt. Bis dahin, naschledanow, eure Helena.